Zu A. Boah, ich hab drei Mann weggemacht. Alter. Komplett neue Map, Alter. Ich weiß gar nicht, was man hier spielt für eine Waffe auf diesem Ding. Aber da kannst du alles spielen. Da kannst du immer in Deckung gehen, da sind viele Ecken. Okay. Die macht echt Spaß. Ich hab da am Anfang mal so ein bisschen Wert drauf gelegt, aber jetzt da nicht mehr so. Nee, auch nicht, das passiert. Ich mach's halt, dass es passiert. Und ich wechsle dann auch die Waffe und irgendwann fällt mir das wieder ein und dann achte ich wieder drauf. Die neue Map, die ist ja geil. Die ist richtig geil. Okay. Ich mach dir mal nach, dann... Ach komm. Machst du ihn gleich in den Arsch getreten. Na ja. Hör mal. Er muss weg. Alles voll mit diesem Ratten. Oh, der hat ihn für mich erledigt. Siehste? Du bist ein toller Mann. Nein, da liegt einer auf der Erde. Schlappwurst. Du musst Schlappwurst killen. Da sind sie. Da sind sie. Gleich hoch. Und weg. Ich brenne die Feuer. Ja. Ich bin wieder. Und ich weh mir noch. Pass auf, da oben sind sie. Oh nein. Warte, warte, warte. Das erfährt stark. Er hat sich versteckt. Ach, genau da, wo ich nicht gehen soll. Wen haben wir denn jetzt eigentlich bei uns mit ihm? Sturzki? Oder irgendwie... Also. Ich muss ja erstmal hier mal ein bisschen die Chef spielen, merk ich gerade. Ah. Du musst erstmal die Mappe kennenlernen. Ja, das ist... Die ist riesig. Aha. Warte, Schimanski, ich rette dich. Du bist so gut. Achtung. Wo bist du? Neben dir. Ziele erobern, Zolland! Warte mal, dann tut man ja gleich mal hier... Entdeckung. Da lege ich mich mal hin, da. Ziele erobern. Hier, falls du erst Hilfe brauchst. Gleich geht's dir besser. Komm. Komm, super, Depp. Oh, auf jeden Fall habe ich noch einen schönen Headshot verpasst. Warte, warte, warte. Ah, du hast den anderen umgeniedert. Ja. Guter Mann. Merci. Au. Lebt du noch? Ja, jetzt nicht mehr. Scheiße, ich hab' ich... Boah, ich hab' ihm eine Granate eigentlich an den Hals überroffen, aber er hat nichts gebracht. Ich höre schon wieder einen anrennen. Ja. Ja, danke. Ah, da ist er auch. Er sitzt oben. Da sitzt zwei in dem Haus. Und diesen jämmerlichen Hunden. Warte, du wirst dich ja viel so oft auswählen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin alt. Ja, gut. Aber... Warte, halte durch, ich komme. Wie er es mal macht. Wo bist du? Jemand hat mich gerettet. Ja, das war der Schimanski. Ah, Schimanski, das ist gut. Au, hast du'n? Nee. Was sitzt der da auch hier oben? Also hier oben in der Hütte sitzt keiner mehr. Oh, da oben ist er mal. Mann, wieso das denn? Ich war doch weg. Der hat das... Ich hab' das Bett geschossen, aber... Poyo. Poyo, ich... Poyo ist da. Ja, jetzt kann's ja mal gut werden. Jetzt, jetzt renn! Es ist... Granate, rettet mich, Hilfe! Nee, verbaut. Selbstmord. Mit 40 Messerstücke gegen den Brücken. Aufkommen, wir verlieren Ziel, Cesar. Scheiße, danke! Scheiße, helft! Verkauf, bitte! Der hält sich ja voll weg, Leid, ist hier. Ey, das ist ja... Das reinste... Massaker hier. Aua, gut, schon wieder. Poyo hat mich gerettet, danke. Oh, ja, schön. Wo sind wir denn hier auf dem Dach? Da, er hilft, es ist für dich. Sind sie denn, die Runden? Piep! Wir müssen zu A. Boah, ich hab drei Mann weggemacht. Du bist... Alter! Du bist... Du bist... Du bist... Alter! Das waren jetzt sechs Mann am Stück! Das hast du erledigt, das ist ja... Äh, der hält. Wo liegt denn der? Und nicht genommen! Und nicht, äh, äh, ich sag's mir. Bestrieben. Was, nicht ist... Achso, ich nehm's aber auf als Video. Okay. Hm. Hallo, Soldat, sagt ja einer. Kenn ich ja auch nicht. Ich kenn's, weil ich das! Bisschen Sammel hier. Der liegt da oben. Polnutt, Poljur. Oh, leg dich hin, heiße! Oh! Der rennt jetzt rüber aufs andere Haus. Der ist über dir. Achso. Der liegt da hinten. Da renne ich mal zu euch. Ah, ne, ihr seid schon... Habt aufgegeben. Komm rein in die Bude. Die Map ist normal beim Ding viel größer. Das ist jetzt, weil es wahrscheinlich ein anderer Angriffmodus ist. Die ist riesig. Hm. Ein Median-Fan, rette mich doch. Danke. Ein toller Mann. Müssen mich fremde Leute retten, weil die eigentlichen Jugendmeister typisch wieder. Ich mach gerade das Heizung. Alles gut. Da bist du ja wieder. Sterbe endlich. Wenn ich auf die Fiese. Dann wären wir bei A. Ist da A, ja. Ich bin... Ich wollte gerade sagen, man ist hier, aber... Ist im Kampf. Seid alle im Kampf. Da kommt eine. Sehr gut. So gefällt mir das. So will ich meine Leute sehen. Im Kampf. Au, 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 au! Was? Au, 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 au! Achso, au, au, au! Du bist gerade gestorben wahrscheinlich, als ich bei dir sporen wollte. Au, au, au! Ich bin bei dir, Soldat! Bin ich... Wenn du mich jetzt einer rettet, bin ich fest, dass du es netten Minus. Granate geworfen! Alle Bosse! Ich stehe hinter dir. Oh, da kam der von links. Achtung, wir verlieren Ziel Cäsar. Wer hat mit Granate? Ich schmeiße da wieder Handgranaten wie doll. Wir haben Ziel Cäsar verloren. Aber die Map ist echt geil. Ja. Ja, so, es gibt eigentlich relativ... Es gibt eigentlich eine Map, die ich überhaupt nicht mag. Oh, 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 oh! Ach, komm ey! Er steht hinten rechts. Geh nicht rein, geh nicht rein. Drei Stück. Ach, hat er mich doch noch gekriegt. Oh, Mann! Oh, da ist aber einer rein, der räumt gerade auf. Mhm. Kannst du mich retten? Nee, jetzt ist er wieder weg. Ja, er starb. Den Heldentod. Aber er rettet, guck, die Fremden wieder. Thank you for your cooperation. Das ist die Habe, ne? Warum soll es denn anders gehen als mir? Ja, Medizin. Ich habe noch Steps gehauen. Ich habe noch Schritte gehauen. Ja, nicht zu wenig. Ich habe zwei Leute in ihrem Arsch aufgerissen. Dass sie in Hören und Sehen verging. Der wird scheiße begangen sein. Beim Arsch aufreißen. Irgendwie haben die sich alle versteckt. Wie denn? Irgendwann hör ich in welchen Hütten noch rum. Oh, hat gerade alle weg. Ich muss immer gucken, wo frische Leichen auftauchen. Leichen? Das bist dann du gewesen, wie der, ne? Ich habe mich getötet. Oh nein, diese Sacksao. Warum habe ich ihn nicht weggemacht? Warte, ich komme. Bleib ruhig. Wo ist da einer in der Nähe? Ne, du hast ihn gerade erschossen. Ach ne, Rivia hat mich gerettet. Ah, danke. Ach, der Fluchte. 30 Meter glaubt. Ich in meinem Alter. Die Beine kaputt. Da liegt der. Und ich schlade gerade. Meine Fresse. Ich rette ja alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ich leg dich zusammen. Du schladen. Nein. Ah, mich rettet einer. Ah, ne, doch nicht. Er ist gestorben. Ich komme, das bin ich. Ich rette dich. Okay, okay. Sehr gut. Den Mann mit der Fliegerhäcke haben sie mal einen Haufen geschossen. Ja, ich bin eine Sicherheitsvorschriften einhalten. Junge, den habe ich an die Fresse geschossen. War nicht nach Sonnenschein. Ja, und sind dabei draufgegangen. C. C, habe ich C? A. So, da ist A. Das ist gar gut. B. Polygon liegt da schon wieder. Ich lege dich wieder zusammen. Polygon, ich komme. Oder nimmst du ihn? Du warst ihn? Ja. Da haben wir geziehen. Schimanski. Und jetzt? Ah, wir haben gewonnen, oder? Wir müssen... Ja, das war doch klar, dass wir gewinnen. Schönes Ding. Oh, 25 Kills. Oh, und jetzt bin ich letztens... Ey, super. Jetzt bin ich letztens im Plus ausgestiegen. Das ist schon mal was wert. Ja. Danke. Pfuh. Ciao. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.